Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Blatt Haller auf meinem und MeinKings Kanal. Leute, ich bin runtergefallen. Ja, wow. Auf dem Hotel, ja. Und ja, heute besiegen wir den Ender-Drachen mit AlwaysCrafted und Simon. Die sind auch schon dabei, aber die starten ihre Aufnahme dann erst später. Aber MeinKling und ich haben hier noch was Kleines zu tun vorher und die haben gerade noch ein paar Probleme mit dem Drachen. Und ja, Leute, ich habe währenddessen offline noch ein bisschen gespielt, und habe das Dach ein bisschen erweitert, weil es anders scheiße aussah bei mir. Und habe mir einen schönen Kamin gebaut, aber der hat mein Haus abgefackelt, währenddessen andere Leute gespielt haben. Leider ist das abgefackelt, hier oben sah es viel cooler aus und das Bett hatte ich endlich fertig und ich hatte irgendwie so zwölf Teppiche, dort oben mehr liegen. Das war richtig cool, also es sah richtig geil aus und wir haben jetzt einfach alles abgefackelt. Und ja, also wir tun jetzt erstmal hier diese ganzen Ärzte wieder in die Kiste, weil ich hatte alles, weil wir jetzt eine lange Zeit nicht auf dem Server waren, habe ich alles in mein Inventar gelegt, was wertvoll ist. Und ja. Leute, du hast die Öfen gelehrt, oder? Ja, ja. Da war das ganze Zeug drin, was ich unten beim Nach-Unten-Bauen gefarmt habe. Das war nur Zeug, was ich beim Nach-Unten-Bauen gefarmt habe. Nice. Könnt ihr mal alle schauen, wie viele Ender-Perlen und Blaze-Rods ihr habt? Äh, Ender-Perlen haben wir gar keinen, wir haben noch nicht, einen Enderman habe ich noch nicht eingesehen. Ich stimme, ich auch nicht. Gibt's überhaupt noch Ero-Einsen? Ja, ich habe mich nicht eingesehen, aber hast du auch keinen gesehen. Ja, aber man weiß ja nicht. Äh, Joel, guck dann später auch nochmal. Haben wir Blaze-Rods aber? Ja, Blaze-Rods müssen wir haben. Ihr habt ja auch die Spawner abgebaut. Wir waren im Nether und wir hatten auf jeden Fall eine Blaze-Rods. Aber wo waren wir, wo sind die denn? Ich weiß es nicht. Ach ja, Red, komm mal mit, komm mal mit, Red. Ich muss dir unbedingt was zeigen. Komm mal mit, komm mal mit hier. Komm mit. Hier, hier. Bei unserem Stall. Guck mal in die, in die linke Box. Hier bin ich einfach gespawnt, Alter. Wolle, Diamanten, Flieder. Manu war auch bei uns. Aber, 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 aber. Gott, was ist das denn? Guck mal hier rechts. Ja, eben. Ja, manu war safe da. Jetzt wurde euch geklaut. Nichts. Ich weiß es nicht. Wo sind denn die Blaze-Rods, wenn ich fragen darf? Hast du die? Ich habe die Vermutung, dass die über einer Küste sind. Also wir haben euch auch was, also wir haben euch noch Larpis geklaut. Aha. Larpis würde euch wahrscheinlich nicht eh nicht jucken. Ja, viel Larpis hatten wir eh nicht in der Küste, was ihr klauen konntet. Da bin ich froh, dass ich unsere 20 Larpis-Blöcke im Inventar hatte. Ja. Naja, wir haben 10 geklaut. Äh. Dann wart ihr ernsthaft genau zwischen den, ja, Digga, jetzt haben wir nur noch 13. Dann wart ihr ernsthaft zwischen der, also wirklich in der geringen Zeit, währenddessen ich gebaut habe, dann das fertig gemacht habe, dann eine Dreiviertelstunde AFK, also nicht auf dem Server war, eine Dreiviertelstunde nicht am PC war, und danach wieder online gegangen bin, am nächsten Tag direkt. Wir haben Probleme. In der Zwischenzeit wart ihr einfach da. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist es, ja, mir ist es aufgefallen, dass jemand da war, weil die Drachenknochen wechseln und ich mir sicher war, dass wir mehr hatten, weil wir auch mehr Drachenköpfe hatten. Ja, ja, wir haben alle keine Enderperlen. Wir haben alle keine Enderperlen. So, ey, guck mal her. Dann müssen wir Enderperlen farmen, aber ich habe auch keine Plünderung oder so. Ja, gehen wir ins End, dort gibt es viele Endermänner, dann können wir so eine Farme bauen. Ja, Digga, wir kommen nicht ins End ohne Enderperlen. Ja, das ist schon deutsch der Drange. Wollen wir Cleric machen oder wollen wir Cleric machen? Ja, ich habe es verstanden, Alter. Ja, ich bin Minecraft-Kofi. Ja, ich habe übel viele Enderperlen. Geht doch im Dorf und macht Cleric-Trade. Ich habe keine Enderperlen. Ihr habt Emeralds. Ihr könnt Cleric-Trade machen. Ja, da müssen wir aber unsere Emeralds abfallen für euch, wohl bemerkt. Ach, Junge, das bringt euch doch auch Level. Das bringt euch übel viele Level. Ja, Levelprobleme habe ich nicht. Ich bin Level 40, aber... Ja, wir können ja so lang, also Simon, wir beide können ja so lang in Nether gehen und dort... Mein King, hast du zufällig die Koordinaten von dem Dorf, ne? Oh Gott, du fragst mich wieder Sachen, Alter. Äh, bei... Ja. Bro, äh... Ich kann mal gucken, aber ich kann dir nichts garantieren. Ich habe ein paar Serenakt im Inventar. Ich nehme auch die Kohle wieder mit, da können wir doch gleich neu machen, weil wir haben 32 Kohleblöcke. Nehmen wir einfach noch ein bisschen Blöcke hier mit, so, das passt. Simon, kommst du in den Nether? Ja, ja, bin ich. Na gut. Dann fahren wir Blazepads und wir holen Enderperlen. Ja, ja, bin ich. Ja, ja, bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020